Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin gerade aufgestanden und mache mich jetzt auf den Weg in einen glorreichen Arbeitstag und dachte, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Und die Sonne scheint heute. So ist mal ein kleiner Weg zum Frühstück, aber da wird man mal richtig schön wach. Hallo, hallo, hallo. Mhh, schöne Säftchen. Oh, und das beste am Morgen, ich sage es euch, das allerbeste. Panekuchen mit flüssiger Schokolade. Oh, so geil. So, ich habe heute beim Meeting rausgefunden, ich habe Probe. Probe, 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 Probe und Probe und Show. So, und gar leperativ. Jawohl. So, ich habe jetzt die erste Probe geschafft und jetzt geht es auf zum Essen. Ich habe gerade gegessen und jetzt habe ich Probe in 10 Minuten und hier läuft noch eine Musik. Jawohl, hier wird gerade noch ein bisschen die Bühne aufgebaut. Kamera und so. Wir proben jetzt für Freak Circles. Das ist eine Show, die von einem Kollegen von mir komplett selbst erarbeitet wurde und ich freue mich extrem, weil ich finde die Show mega geil. Und jetzt wird geprobt. Und jetzt wird geprobt. Ja? Elmbogen warst du heute Abend bestimmt bei Halloween oben. Wo waren die denn? Wo waren die denn, die Elmbogen? Ja. 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 Juhu. Ich hatte jetzt den ganzen Tag lang Probe und die, die ihr gerade gesehen habt, war heute Mittag für heute Abend für die Show und danach hatte ich noch zwei andere Proben für andere Sachen. Und jetzt habe ich gerade frei. Jetzt bin ich auf meinem Zimmerchen. Und ja, wir haben heute Gala. Das heißt, ich muss schon um halb sieben wieder los, weil wir Aperitif haben und ich mich für die Show noch schminken muss. Und ich mich noch in ein paar schicke Klamotten schmeißen muss, weil es ist ja Gala. Und dann haben wir heute Abend Show. So, wir haben jetzt den Gala Aperitif geschafft und machen uns jetzt alle fertig für die Show. Haben gerade noch eine Kleinigkeit gegessen. Es gab total leckeres Osterbuffet. Weiße Schokolade. Ich liebe weiße Schokolade. Und jetzt stehe ich gerade auf der Bühne. Ich weiß nicht, wie man das irgendwie sieht. Und ja, gleich geht die Show los. Und hier werden noch die letzten Chicha-Checks gemacht. Ich wundere mich, dass es in meiner Quadratlatschengröße so hässliche Schuhe gab. Ach komm, die sind voll süß. Hässlich. Würdest du sowas tragen? Trag sie doch mal. Lass uns doch mal ausgehen, dann trage ich diese Schuhe. Würdest du was tun? Ja, für dich immer. Natürlich. Für dich tue ich alles. Ja. 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 Mabbing. 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 So, komm, wir gehen nicht sprühen. Kira. Ups. Ich bin ein bisschen oben gelandet. Das ist super cool. Ja. Hat er jetzt einen Flecker verstanden. Cool cool. Warum? Nee, ich dachte du äh... Für das ein bisschen. Ja. Aber wir sind streng. Aber es sieht geil aus da oben. Ein kleiner Schmetterling. Hihihi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie wird man zum Chinesen? Wie wird man zum Schmetterling? Au. Why are you so shy? Oh, der kleine Schmetterling ist fertig. Los geht's. Wie war? Au. Oh, 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 oh. Wuhuuu. 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 Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sind jetzt fertig. Hier wird gerade fleißig schon die Bühne abgebaut. Und man darf es nicht vergessen, das sind alles Laien auf der Bühne. Wer noch den Anfang sehen möchte, der kann nachher noch in dem Video gucken, das ich unten verlinkt habe in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr da wart. Und bis dann. Tschaui.